Musik Rosenfest im Bad Sauerbrunn Für Rosenfreunde hält der burgenländische Kurart Bad Sauerbrunn jedes Jahr ein ganz besonderes Event-Highlight parat, wenn zum traditionellen Rosenfest in den historischen Kurpark der Gemeinde geladen wird. Das Bad Sauerbrunner Rosenfest hat einiges zu bieten. Unter dem Motto gut behütet lässt man die guten alten Zeiten des Kurortes erneut erblühen. Vielfältige Aussteller präsentieren Selbstgemachtes, Schmackhaftes und Dekoratives rund um die Königin der Blumen. Hervorheben möchten wir da die königlichen Erdbeeren von Gustav Koch aus Wiesen, der österreichweit bekanntesten Erdbeergemeinde. Nicht zu Unrecht, da die Wiesener Erdbeeren den Ruf haben, zu den Besten der Welt zu gehören. Bei Ochsgarten Koch konnte man sich vor dem Kauf natürlich erst von der Qualität und dem Geschmack überzeugen. Auch Rosenstöcke für Balkon und Garten und frische Kräuter werden zum Verkauf angeboten. Musikalische und literarische Darbietungen sowie regionale Gastronomen und Winzer sorgen mit süßen und deftigen Spezialitäten aus der Umgebung für das leibliche Wohl. Die jungen Besucher erwartete ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Musikalische Darbietungen Wir haben hier neu der Flakübiskanöl, höchste Qualitätsstufe, steinmüllige Malen. Warum steinmüllige Malen? Durch das Malen der Steinmühle bekomme ich eine ganzheitlich größere Oberfläche und dadurch werden die ganzen Geruchs-, Geschmacks-, Farbstoffe, Aromastoffe, aber auch Spurenelemente und Vitamine besser ausgelaugt. Daher hat mein Öl einen einzigartigen, wohlmündigen, nussigen Geschmack. Musik Die beste Appen, ich hoffe, dass es gut ist. Hier ist ein Rozenfest. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020